Herzlich willkommen zum Wetter bei wetter.net am heutigen Dienstag. Ich melde mich mal wieder aus dem Urlaub, denn es gibt wieder viele Dinge in Sachen Wetter in den kommenden Tagen. Die müssen wir hier erstmal gerade rücken an dieser Stelle. Ich wurde gefragt, kommt der große Wintereinbruch am kommenden Wochenende? Darauf gehen wir gleich mal ein. Aber erstmal schauen wir nochmal auf den Rückblick vom Oktober 2022. Schon zum Monatsanfang hatten wir darüber berichtet, dass Noah sagt, es wird ein sehr warmer Oktober, es wird ein trockener Oktober. Und genauso ist es auch gekommen. Es war ein sehr warmer Oktober und es war ein zu trockener Oktober. Das Regensäule wurde zu 90 Prozent erfüllt. Es fehlen also immer noch 10 Prozent zum langjährigen Durchschnittswert. Und bei den Temperaturen, da wurde es tatsächlich sogar ein rekordwarmer Oktober. Es war der wärmste Oktober seit Beginn der Wetteraufzeichnung im Jahr 1881. Also alles genauso gekommen wie von Noah angekündigt. Und golden ist dieser Oktober allemal gewesen. Wir haben einen Sonnenscheinsoll von mindestens 30 Prozent. Aber wie geht es nun im November weiter? Heute ist Allerheiligen, das ist ja teilweise ein Feiertag, vor allen Dingen in den west- und süddeutschen Bundesländern. Und auch da hatte Noah gesagt, das wird eher ein zu warmer Monat werden. Und genau das deutet sich aktuell auch an in den Ensemble-Prognosen. Beispielsweise auch beim amerikanischen Wettermodell. Die nächsten 10 bis 14 Tage werden immer zu warm sein. Also meist in der Höhe, in 1500 Metern Höhe. Da bleiben die Luftmassentemperaturen zum Teil deutlich über dem Klimamittel drüber. 5 bis 7 Grad liegen wir drüber. Nur zum kommenden Freitag und Samstag sinkt die Schneefallgrenze mal kurzzeitig ab. Wobei, wir sprechen da von einer Höhenlage von 1300 bis 1500 Metern. Da kann es mal weiß werden. Das sind die Hochlagen der Alpen. 98 Prozent von Deutschland werden von diesem Wintereinbruch überhaupt nichts mitbekommen. Ist ja auch nicht wirklich ungewöhnlich, wenn es in den Alpen mal schneit. Normalerweise ist das schon mal Ende September, Anfang Oktober der Fall. Hat es in diesem Jahr nicht gegeben, ist eher spät dran. Und nächste Woche kommt dann eben der nächste Wärmeberg zu uns nach Deutschland gezogen. Und die Temperaturen steigen dann auch unten in den tiefen Lagen wieder an. Heute insgesamt Werte um die 14 bis 18 Grad. Morgen relativ ähnlich bis zum Wochenende. Den Tieflagen so 8 bis 13 oder 14 Grad. Und nächste Woche, da steigen die Temperaturen schon wieder an auf 15, 16, 17 Grad. Vor allen Dingen im Westen des Landes Richtung Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Bayern. Da wird es schon wieder außergewöhnlich warm. Und genauso geht es auch weiter. Ungefähr bis kurz nach Monatsmitte, bis zum 17. November, können wir weiterhin ziemlich viel Heizenergie sparen. Und die haben wir auch gespart. Übrigens im Oktober teilweise 40 Prozent musste weniger geheizt werden als in den vergangenen Jahren. Das wurde heute Morgen bekannt gegeben. Also es war wirklich ein sehr energiesparender Oktober 2022. Und auch der November könnte sich dem anschließen. Er soll im Mittel rund 2 Grad wärmer ausfallen als das Klima Mittel der Jahre 1991 bis 2020. Und genau das scheint sich auch in den nächsten 10 bis 14 Tagen anzudeuten. Also ein Temperatursturz hinein. Denn Frühwinter ist nicht in Sicht. Wie gesagt, nur am kommenden Freitag und am Samstag fast schon eine kleine Sensation. Da kann es ja mal Schnee geben in den Hochlagen der Alpen. Aber in den tiefen Lagen passiert eigentlich relativ wenig. Da bleibt es meist trüb am 1. Novemberwochenende. Ziemlich, ja ich würde sagen schmuddelig. Typisches Novemberwochenende, äh Novemberwetter. Ja und nächste Woche dann schon wieder deutlich wärmer mit Temperaturen von stellenweise mehr als 15 Grad. Also alles entspannt. Noch lässt sich der Winterzeit. Auch die Winterreifen, die können eigentlich noch drunten bleiben vom Auto. Ich sag mal vor Mitte bis Ende November. Da sollte nicht viel passieren. Da können wir gerne nochmal neu drüber sprechen. Aber ein Wintereinbruch ist in den nächsten 10 bis 14 Tagen für 98 Prozent der Deutschen weit und breit überhaupt nicht in Sicht. Das war's vom Wetter. Ich wünsche einen schönen Montag und vielleicht hören wir uns bald nochmal in den kommenden Tagen wieder, wenn es noch ein paar Gerüchte wieder klarzurücken gibt. Tschüss, bis bald.